Der war zu lange vergeben, sagt sich vielleicht. Der Mann mit freilich Stimmig von Andre Vietze das Ohm bringt ihm den zweiten Match bei. 0-2 war er schon hinten gegen Hannes Jörmann. Und es wird doch gesagt, es hat auch heute nicht sein sollen. Hervorragend gespielt und am Ende bleibt ihm kaum ein Prost. Wir starten heute wieder einen Torgang von Hannes Jörmann. Und jetzt für den Fettbeuteltag am Ende soll letztlich sein. Erster Punkt für die Mannschaft bei der zweiten Folge. Für Adrian Lucey kann er jetzt eine 15-minütige Pause gleich sein. Stimmig von den Fettbeuteltag.